so hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2 ja im letzten part haben wir den Blacklist Gegner 2 Plot gemacht haben dann hier diesen Pagani Huayra bekommen jetzt geht es gegen Königseck Agera R davor hatten wir aber noch Rennen gemacht alle um genau zu sein haben auch alle gewonnen nach einem kleinen Zwischenfall und ich habe mir im letzten part gesagt heute gibt es was ganz besonderes für euch meine freunde und zwar ich beende das Projekt jetzt hier ich habe keinen Bock mehr auf das Rennen irgendwie ich weiß nicht wisst ihr das ist irgendwie ich kann es schlecht beschreiben mir fehlt einfach zurzeit die Motivation das hier zu fahren und so deswegen habe ich gedacht ich mal jetzt ein kurzes Video fahre hier noch hin fahre im Kreis dass ihr wisst wo das sich befindet und dann danke ich euch erstmal recht herzlich dass ihr mich so kräftig dabei unterstützt habt und fand ich echt cool von euch alles also bis dann macht's gut ciao mein Gschmarrie Leute Gschmarrie wartet ihr denn von mir ich war das eine Rennertünig aber ich habe ja trotzdem gesagt dass ich was besonders für euch habe auch als Dankeschön an euch dass ihr mich da eben so unterstützt habt und alles das hat schon gekriegt was ich gesagt habe und auf jeden Fall was das ist ist ganz einfach ich denke ihr habt alle in dem PC daheim und wir spielen ja hier nicht für Speed Monster 2 ich habe mir gedacht ihr schaut jetzt bei mir vielleicht habt ihr nicht das Geld dazu habt ihr keine Lust es euch zu kaufen und deswegen verlose ich ein Exemplar davon an euch wenn ihr Bock habt wenn nur einer schreibt dann hat halt der eine gewonnen ich weiß ich kriege nicht so viele Kommentare aber ich möchte es einfach machen als Abschluss zu dem Projekt und was ihr dazu machen müsst ist eigentlich ganz einfach ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben anders kann ich das ja nicht verlosen und ich möchte es auch nicht nur unter meinen Abonnenten es kann ja sein dass der eine oder vielleicht du du oder du trotzdem zuschaut ohne dass ihr mich abonniert habt möchte ich es einfach anderen x beliebigen von euch gleich gerne einen oder anderen besser als den anderen das ist logisch aber das hat damit gar nichts zu tun und zwar ich müsste dazu eine Frage einfach beantworten was mich betrifft und zwar ganz einfach was ist meine Lieblingsautomarke ich denke mal das kann jeder der mindestens zwei Parts von mir gesehen hat beantworten es ist nicht schwer und deswegen wünsche ich euch jetzt einfach viel Glück schreibt einfach in die Kommentare und dann kommt jetzt hier so ein Scheißdreck ja und dann werde ich das mal ja einfach wen laufen lassen werde mich dann bei demjenigen melden ich würde sagen so mal maximal eine Woche dass ich das stehen und dann ja wünsche ich euch wie gesagt viel Glück und jetzt hat fangen wir an starten das Rennen und ich hoffe ihr findet es cool von mir hey los geht's bis hier den Königsegg Agera Schwedenhammer mit dem So ein hübsches Auto. Also schauen wir mal, ob wir da Chancen haben. Wir haben ja jetzt rein theoretisch das zweitbeste Auto. Nach dem Bugatti. Also nach dem meine ich. So, Glück gehabt. Gut, los geht's. 15 Kilometer lang ist das Rennen. Ich glaube, mein Schweinpfeil. Uha. Das Gute ist auch, wenn man im Spiel... Vielleicht hat ja der eine oder andere nicht den besten PC. Das läuft auch auf nicht so gut, ne. Einwandfrei, so wie meine. Okay, meine ist gut. Halbwegs. Fuck. Ich hab auf die Karte geguckt. Na, aber ich hoffe, das seht ihr nicht als Bestechung oder so. Deswegen sage ich auch, ihr müsst halt nur kommt da schreiben. Und ich möchte es halt nicht unbedingt an jemanden, der mich nicht kennt. Oder dem meine Videos im Prinzip egal sind. Deswegen auch eine Frage, die man beantworten kann, wenn man meine Videos doch ab und zu mal geschaut hat. Aber jetzt möchte ich da länger gar nicht mehr drauf eingehen. Das liegt der Einzige und allein an euch. Yes. Take, du Winne. Ups. Ach, da rechts geht's rum. Naja. Okay. Muss ich jetzt ja das verstehen? Ich glaube nicht. Okay, wir haben noch 9 Kilometer. Das ist noch einiges. Wir fahren jetzt wahrscheinlich komplett durch die ganze Stadt und alles. Könnt's mir zumindest vorstellen, ne. Ich würd's ihm zutrauen. Fuck. Und er nimmt uns natürlich mit. Aber das ist gut, weil das bremst ihn auch mit aus. IMS. Oder sonst was. Keine Ahnung. Ha, nein. Also das Rennen möchte ich vielleicht nicht unbedingt zweimal fahren, aber... Boah, hier drin, da wirst du immer so bekloppt. Das ist alles blöd, finde ich. Und er ist wieder gegen unsere Gegend gefahren. Ist wiederum sehr gut für uns. Und jetzt sind's schon nur noch 5 Kilometer. Oh, jetzt sind wir schon... Ach, da geht's runter. Gleiche Scheiß wie beim Bugatti gegen das Rennen. Da ging's ja auch um diese Kurve rum. Und wir haben's auch da voll vermasselt gehabt. Drei Kilometer. Oh, was ist das? Butsch! Gegen einen Baumau noch. Ey, wenn wir das Rennen noch gewinnen, das ist ein Wunder, ist das. Das hat dann echt... Die Raser halten nicht lang, wir müssen sie stoppen. Werfen ein Nagelband raus. Boah, Glück gehabt. Warum crash ich da? Warum? Der fährt doch auch nicht besser durch. Mann, Leute. Ihr könnt mich doch jetzt nicht so verarschen. Die Zentrale, kann ja parallele Verstärkung haben. Greifen wir das... Mann, Numeter, Mann, Numeter, Mann, Numeter. Önwie war das klar. Ich bin... schon durch tausende erfolgreich durchgekommen. Aber er hat jetzt einen Unfall gebaut. Nein, super, jetzt gewinnt ich doch sowas und nicht doch Eigenleistung. Sehr langweilig. Okay, wir haben's geschafft. Blacklist 1 ist besiegt. Huh, wow. Nach 4 Minuten vor 14 Kilometern, das ist ein ordentlicher Schnitt. Das ist ein wirklich ordentlicher Schnitt, sage ich jetzt mal. Der sieht aber noch ein einiges geiler aus. Königseck. Crash ich ihn für seinen Wagen. Schauen wir mal, ob wir den bekommen. Okay. 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 Die ist eindeutig geländetauglicher wie meine. Fuck. Jetzt hab ich gerade in dem Moment abgebremst, als er Vollgas geben hat. Hier so Paddle to the Metal Style. Nein. Schon wieder so knapp vorbei. Schon wieder so knapp vorbei. Yes. Ha. Da ist das. Königseck. Agera. Ah. Jetzt den Easy Drive. Verfügbar. Auto lockt. Agera. Glückwunsch. Du hast alle Verfolgungen in den Tränen gewonnen und die besten Fahrer der Stadt weggepustet. Du bist der Most Wanted. Fahre weiter und sammle Speedruns, um deine Freundin auf der Most Wanted-Liste zu besiegen. Mit der Easy Drive entfühle nie und fordere sie heraus. Der Wettkampf in Ferien endet nie. Okay. Okay. Ja. Eigentlich ist das Spiel ja für uns noch nicht so wirklich vorbei, dachte ich. Ich wollte noch die einen Rennen, auf jeden Fall mit dem Königseck fahren, dass wir uns den noch anschauen und danach diese Art 100% in Anführungszeichen. Ob wir die komplett schaffen, das weiß ich halt nicht, weil uns immer noch zwei so scheiß Radarfallen fehlen und ewigst viel Zäune und Reklame-Tarfe. Außerdem müssen wir mal gucken, wie es aussieht mit diesen Rennen, mit der Statistik. Ob wir da alle Rennen gemacht haben und so. Aber gut, ich ziehe jetzt trotzdem schon mal ein Fazit. Mache ich ja normalerweise immer recht gerne am Ende von einem Spiel und außerdem muss ich was reden, weil ich nicht weiß, ob die Lieder, die hier gespielt werden, immer rechtlich geschützt sind und dass ich dann da wieder eine auf den Sack kriege. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich bewerte immer so nach Story, Grafik, Gameplay, Gänsehaut in Anführungszeichen, wie mich das Spiel mitgenommen hat und sonstige Sachen. Und wir können es hier überspringen rein theoretisch, aber ich ziehe mein Fazit trotzdem. Gut, Story. Story, was soll ich dazu sagen? Zu Story. Story ist einfach nur voll für ein Arsch gewesen. Es gab keine Story nämlich. Daher kann ich das schlecht bewerten. Story ist ja eigentlich nur so, du musst einfach rennfahren, dass du die rausfordern kannst und gut ist. Wenn man so bewertet, dann hätte es von mir eine 1 von 10 verdient, da die Umsetzung einfach mehr als miserabel war. Aber trotzdem, ja, an sich hat mir das Spiel gefallen. Grafik war 1A. Das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das gespielt habt. Und so sieht es ja auch immer ganz gut aus auf YouTube, finde ich. Gut, Grafik, ja, das mit dem Lichtern hat manchmal ein bisschen gestört, dass es manchmal ein wenig arg war. Gameplay. Alle Autos sind unterschiedlich gefahren, finde ich. Das heißt, der A1 ist anders gefahren wie der A8, dann ist der McLaren anders gefahren wie ein Porsche Panamera, das ist klar. Das denkt man normalerweise, aber wenn ich jetzt euch mal die anderen Autospiele anschaue, Trendspiele, dann ist das doch nicht so klar, finde ich. Aber ich finde das eben was Besonderes eigentlich. Cool fand ich vor allem aber auch, dass man Sachen durch Rennen freigeschalten hat und die gleich verwenden konnte und auch, dass man sie während der Fahrt ändern konnte. Wiederum schlecht fand ich, dass es immer die gleichen waren. Immer bei Leicht gab es Nitro und gab es Geländereifen. Fand ich total beschissen. Dann fand ich an dem Gameplay fand ich es gut, dass es mit dem Controller richtig gut zu driften ging. Mit Tastatur wiederum ging es relativ schwer zu driften. Bis gar nicht zu driften. So könnte man das glaube ich ganz gut sagen. Stören fand ich, dass man so oft gecrashed ist und dass diese verfickte, Entschuldigung, diese verfickte Animation, die war immer so lang und stören, ihr habt es gemerkt. Ich bin doch ein paar Mal relativ laut geworden. Ich bin nicht der Typ dafür normalerweise, aber ich konnte in diesem Moment nicht anders. Das kommt dann einfach so raus aus mir und Batsch ins Gesicht sozusagen. Ne, das ist sowas, das nervt mich. Weil das halt so oft war und du konntest es manchmal nicht verhindern leider. Schlecht fand ich auch noch, dass diese Aufplop, oder Pop-Ups, könnte man gleich dazu sagen, da immer mittendrin im Bild waren. So, Takedown, Batsch, du hast den Weg nicht mehr gesehen und rauscht gegen was anderes dagegen. Gut fand ich, dass die Gegner auch relativ teilweise relativ aggressiv gefahren sind. Und was bedeutet, dass die einem doch ab und zu auch mal einen Takedown bis Sieg reingekaut haben, das fand ich gut. Manchmal fand ich die dynamische KI relativ behindert, weil die Gegner rangebeamt wurden, wieder, wenn sie hinter einem waren. Wenn sie vorhin gefahren sind, waren sie zu langsam. Da, das Spiel hat einen nicht gefordert, sage ich mal. Also schaut mal an, wir haben alle Most Wanted Rennen auf den ersten Versuch gemacht. Das muss schon was bedeuten, oder? Ich meine, ich bin nicht gut, gebe ich offen zu, aber die waren ja wirklich richtig schlecht. Und deswegen, ja, nicht so, nicht so prickeln, wie ich es gedacht hatte. Okay, aber nichtsdestotrotz war das Spiel an sich extrem nice. Wenn man es nicht mit dem alten Most Wanted vergleicht, das hatte ich anfangs schon gesagt, in den ersten 20 Parts, glaube ich, schon öfter. Weil, das alte Most Wanted, das hat wirklich eine Story gehabt. Da gab es die Mia, da gab es einen Razer, der uns das Auto geklaut hat, da gab es einen Cross, der uns an den Arsch gehen wollte. Nicht auf homosexuelle Art und Weise, sondern, halt, der wollte unsere Karte, der wollte uns von der Straße ziehen. Der war so richtig getrimmt da drauf, uns zu fassen. Ja, dann kann man es mehr mit Burnout Paradise vergleichen. Obwohl ich das nicht wirklich lang gespielt habe, kann man es auf jeden Fall damit besser vergleichen, als dass man es so vergleicht mit den 2005 erschienenen, Need for Speed Most Wanted. Entschuldigung, jetzt muss ich, ich rede hier ziemlich schnell, ich weiß ziemlich viel, vor allem, ich sammle euch hier die Ohren zu wie Sau. Aber, was gibt es denn zu dem Spiel noch zu zu sagen? Story habe ich bewertet, gibt es nicht zu bewertet. Grafik habe ich gesagt, war gut. Gameplay war ganz okay. Gänsehaut, genau, ja, null. Absolut null. Das einzige Geile waren wirklich die Motoren-Sounds, die wirklich realistisch rüberkamen, die man auch sich wirklich öfter anhören konnte. Die waren nicht stören oder sonst was. Von der Soundabmischung, ja gut, das liegt an mir und nicht am Spiel. Die hat für mich gepasst. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dem Spiel jetzt insgesamt gehalten habt bis jetzt. Oder es kommt ja jetzt nichts mehr Neues dazu oder so. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal was dazu schreibt. Ihr habt ja nicht so viel Zeichen, aber mich würde es einfach mal interessieren, wie ihr das Spiel gefunden habt, wie ihr die Umsetzung von meiner Seite gefunden habt. Ob ihr das gut fand, dass wir das so lange rausgezogen haben. Andere haben das Spiel ja, glaube ich, ich denke mal so 10, 15, 20 Parts, wenn nicht sogar früher durchgespielt. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt aber auch weiter, überspringen das alles mal und haben hier ein geiles Bild. Boah, geil. Ey, unser Vater. Hey, wir sind wieder da. Schön. Ne, es hat sich nicht aufgekangen. So. Wagen. Königseck. Zum Wagen springen. Bin ich mal gespannt, wie die Karre abgeht. Ich denke mal, die geht brachial ab. Oho. Sie sieht vor allem extrem geil aus. Ja, da kann ich mich dran gewöhnen. Turbulenz. Ein Rundkurs auf leicht. Ja, das schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Nur mit dem Auto ist das nicht bis hin. Ja, okay. Wir verpressen die ja wie Sau hier. Mit Michelin, der hat null Chancen. Gallardo, boah, hat auch null Chancen. Die Bremsen von dem Auto müssen wir noch ein wenig optimieren, glaube ich. Ui. Der Ariel, den schieben wir jetzt auch erstmal aus dem Weg. Ja, okay. Der gibt sich selber geschlagen und bremst ab. Da wären wir wieder bei diesem negativen Aspekt, den ich gesagt hatte. Wie kann man einen so bescheuert rauslassen? Boah, die Lenkung von dem Auto ist... Kannst du nicht vergleichen mit dem Pagani. Ich kann so wirklich null vergleichen mit dem hier. Meiner Meinung nach wäre der Pagani auf Platz 1 sinnvoller vertreten gewesen. Da ist das ausgewogenste Auto ist. Weil der lenkt gut. Der hat beschleunigt gut. Der hat eine hohe Höchstgeschwindigkeit und alles. Aber der hier, der lenkt schlecht. Okay, schlecht ist jetzt vielleicht übertrieben. Also so ein Gaillard oder so kann er natürlich nicht mithalten. Aber, alter. Wir können das Rennen gar nicht mehr gewinnen, habe ich so das Gefühl. Weil der Ariel, der geht ja vorne schon wieder ab wie sonst was. Also ihr habt es gesehen, ich gehe hier ziemlich früh in die Eisen und alles. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da noch irgendwie vorkommen. Aber der ist schon... Aber der ist schon... Ach, irgendeine Warner. Der ist schon bei... Schneewittchen. Und den sieben Zwergen. Sagen wir mal, wie weit vorne fährt denn der rum? Jetzt haben wir doch gleich wieder... Dass wir uns immer in dem Leichtrennen so schwer tun, ne? Weil die Gegner vielleicht nicht so gut sind, aber wir dafür nur schlechter. Oder sonst was, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich den mal wirklich... ...aus dem Weg schieben. Aber er ist selber in die Straßen später reingefahren. Das war nicht mit Lenkung. Aber wir haben es trotzdem gewonnen und das ist die Hauptsache. Geländereifen und die Nitro-Brenner. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wer von euch wusste? Wer von euch wusste? Ach, geschwarte. Komm. Geländereifen drauf, Nitro rein und dann ab. Ab, auf die Tür, klick. Komm. Zentrale, das 1044 löst sich auf. Ich bleibe bei. Bloody noise. Nose. Net noise. Nose. Blutige Nase. Ich muss mich etwas trinken, entschuldigung. Entschuldigung. Wir atmen den Verdächtigen. Greifen wir zu. Verstanden. Kann der Verdächtige noch weiter beschehen werden? Das habe ich jetzt natürlich gerade noch gebraucht. So eine scheiß Verfolgung. Aber wie es aussieht. Scheiße. Scheiße. Jetzt waren wir schon weg von denen. Und jetzt haben sie uns trotzdem wieder gekriegt. Nicht schon wieder gecrasht. Fuck. Wir waren doch schon so gut wie weg. Was geht jetzt mit euch ab? Jetzt erwischen die eine neue Tings. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Okay. Haben wir das schon mal durchsprungen? Sieht mir nicht danach aus. Ist egal. Dann starten wir das halt nochmal. Hinterhaut. Ach ja. Ach jo. Freunde. Ach ja. Freunde. Also so mit diesem Move hier. Das passt eigentlich immer recht gut. Ja. Gegner sind versenkt. Und wir drehen uns noch drei Stunden ungefähr. Komm. Wo komme ich denn hier runter? Wo kommt denn der Zert her? Ja. Ich habe ihn getroffen. Das ist so der Hammer. Wie die immer wieder zu mir kommen. Dass die mich halt echt immer wieder finden können. Nein, Mann. Mann, Mann. Ey, warum hätte ich hier nicht einfach ganz normal wie jeder andere wahrscheinlich nicht da auch so rumfahren können? Ey. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Yes. Warum kommt jetzt wieder einer? Hä? Was war denn das hier jetzt? Verdächtiger gefunden. Er ist wieder in Bewegung. Was war denn das hier? Ja, willst du jetzt nicht mal anhalten? Genau. Okay. So. Eine Stufe nur noch. Ach, jetzt haben wir auch schon nur noch Silber. Also wisst ihr. Nur wegen so einem Scheiß die ganze Zeit. Ups. Ja, Brose vielleicht auch noch. Ach, Gott sei Dank. Immerhin Brose. Verstecktes Chaussee. Wir kriegen hier ein langes Getriebe. Wir brauchen ein langes Getriebe. Ey, das ist so zum Kotzen manchmal. Ist egal. Wir brauchen ja kein Auto mehr eigentlich. Wir brauchen nur noch eins, wo wir sinnlos durch die Gegend fahren können. Und das war's. Wir brauchen ja eigentlich noch. Treiblaser. Da kommen wir jetzt so doof auf die Autobahn hoch. Genau. Zentrale, ich wollte von einer Kunde Raser. Ich brauche euch möglichen 10,4 und 30. Verstanden. Einsatzleitung an Code 3 genehmigt. Oh. Zentrale, ein Zahn zulegen, um an den Raser zu greifen. 10,4, 3, da bin ich ein Barsch. Einfach alle wegcraschen. Jetzt schauen wir mal, was den zur Höchstschwindigkeit so ist. Wie scheiße kann man sein? Eigentlich wie verblödet. Die crashen sich einfach voll zusammen. Sollen jetzt ja der Bugatti hinterherjagen. Sacht durch. Der, ey, der hat ja einen Zahn. Einen Zahn drauf, oder? Einen Affenzahn. Zentrale, MIR 7,44, das wird Unfälle geben. 10,4, ihr habt die Genehmigung. Warum kommt er eigentlich manchmal in Untertitel und manchmal nicht? Zentrale, MIR 7,44, das wird Unfälle geben. Was, der ist schon im Ziel gleich. Das war jetzt doch ein wenig ein Geschmarrer. Ja, okay, gut, dann sind wir halt zweiter geworden. Besser als gar nix. Haben wir immer einen Rennreifen? Das ist ja auch schon mal was Schönes. Ja, ich weiß, dass ich das alles habe. Die Tempojagd, schön. So. Dieses Drecksrennen, beim besten Willen, ist das einfach ein Krampf. Das ist wirklich ein Krampf. Hey, wir sind bei 170 kmh. Wir kommen eigentlich relativ gut durch hier. Immer. Mittlerweile hat sich die Lenkung doch verbessert. Liegt wohl am Tuning. Wieder, wieder da rein. Ich kann da nicht rechtzeitig bremzen. Ich denke auch nie dran, ehrlich gesagt. Die Warnungsstufe ist gestiegen. Ja, schön. Nee, oder? 192,9 waren das. Das ist bitter. Das ist richtig bitter jetzt. 0,1 kmh auf Gold. Needlepoint. Noch als letztes Rennen für heute. 241. Ja, ich glaube es gleich. 209 bloß. Das ist eigentlich eine schöne Strecke, als für das Auto. Wie der Bulle halt einfach rausschießt. Und wir nur reinrauschen, natürlich. Einfach drauf. Das Gas drauf. Achtung, wir haben eine 1151. Eine 1151. So, 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 so. Oh, nein, nein, nein. Was mache ich denn? Was dreht es dich? Okay. 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 Da kannst du nichts machen mit dem Auto auf Gelände. Den dreht es wie sauer. Der ist halt absolut null geländetauglich. Beim besten Willen. Der kommt auch nicht auf Temperatur, äh, auf Temperatur. Auf Gas. Wir brauchen mehr Einheitshalte, dem Versuch uns zu kehren. Tja. Ist klar. Ist klar. Jetzt zum Beispiel bei 160 Kammer oder so. Oh, nicht 101. Oh, nicht 101. Ups. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein wenig Nitro brauchen könnte. Und ich dann natürlich noch in den Gegner reinfahren, im Auto. Und mir natürlich das anschauen darf. Alles, was ich mir jetzt gerade wieder hochgearbeitet habe, ist jetzt auch wieder weg. Na. Ich kann es nochmal machen, sonst haben wir das nicht geschafft. Weil wir zu langsam waren. Zu langsam waren. Ah, der Part wird ja länger als Abschluss oder als Vorabschluss. Vorabschluss. Was ist das? Kein Wort. Sag mal, das ist doch echt ein Schmarr, oder? Also das ist doch echt, habt ihr das gesehen, wie der auf uns zugeprescht kommt? Einfach aus dem Nichts? Oh, mein Gott. Jetzt macht er mich gerade echt... Jetzt macht ihr euch gerade bei mir relativ unbeliebt mit eurem Spiel. Da das Spiel eigentlich gut ist und auch Spaß macht. Ja, ich hatte schon wirklich richtig Spaß bei dem Ding, mit dem Ding. Vorsicht vor Gegenverkehr. Danke, dass ihr mir solche Tipps gebt. Warum fahre ich da drauf? Warum? Weil ich nicht mehr lenken kann. Richtig. Wir waren auf 200, was weiß ich wie viel. Ich versuche vorhin zu kommen. B4. B4, ich kümmere mich darum. Da kann ich, schauen wir uns an, wie das dann da runter kommt. Boah, knapp. Okay, jetzt sind wir immerhin auf Bronze. Ich weiß nicht, wie du da das Gold halten sollst, da unten. 220, 225. Wenn wir hier Silber bekommen, wäre ja äußerst geil. Fuck. Ich bin jetzt auch noch im Gegenverkehr, in der Linkskurve. wunderschöne Beziehung in die tallente делают. das ist gut Prozent brauchen nicht kurzes Gebäude brauchen wir auch nicht ja so Leute jetzt hat damit haben wir alle Rennen macht dies gibt aber eine Sache müssen wir noch machen und zwar müssen wir in die Fahrerdetails gucken, dass wir wissen was wir im nächsten Part noch machen müssen 93 Prozent zwei Events fehlen noch, aber alle Rennen sind mal gefahren aber welche darf noch fehlen das müssten welche sein, wo wir gar nicht haben und das ist natürlich wahrscheinlich ich glaub's zumindest dieser Ford weil wir haben überall wenn wir schauen jetzt das machen wir jetzt noch wird gold, 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 Gold nur Silber, Brose, Gold Gold, Gold Nichts, Gold Gold Silber Brose Brose Silber, Silber Gold Gold Silber mit Gold. Was soll das? Also da fehlen uns schon noch ein paar Karte. Aber ob das daran liegt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da muss ich mir noch überlegen, wirklich gut überlegen, ob ich das mache. Es würde jetzt auf jeden Fall nicht morgen kommen. Das kann ich euch sagen. Da muss ich mal gucken. Reklame-Tafeln. Wir haben schon viel geschafft. Schau, das waren 93%. Es ist schon geil viel. Auf jeden Fall. Wir machen Steine da. Wir haben schon viel. Da braucht man Radarkameras. Brauchen wir noch zwei Stück. Da Tafeln brauchen wir noch ein paar. Und Sicherheitstore brauchen wir schon noch ein paar. Na, ich überlege es mir mal. Wenn ihr das nicht unbedingt wollt, dann werde ich das nicht machen. Weil es mir das wird wieder so ein Stress einfach nur. Weil es steht hier von 0,27. Nein, Steine bei dem 0,27. Ja, das kann schon sein. Okay, auf jeden Fall, wenn ihr das nicht unbedingt wollt, dann mache ich das nicht. Und währenddessen könnt ihr euch mal überlegen, was soll ich als nächstes machen? Und ich werde erst mal abwarten. Logisch. Und zwar soll ich an der neueren Teil, also soll ich jetzt halt, ihr wisst ja, ich mache, ich habe Underground 2 und jetzt Most Wanted und eben gerade auch Most Wanted und danach würde rückwärts gesehen der Run kommen. Wollt ihr, dass ich jetzt halt auch dann demnächst, nächste Woche, sag ich jetzt mal grob schätze, ich weiß nicht genau, wann der Part rauskommt, wann ihr den haben wollt, ähm, werdet. Ähm, ob wie gesagt, ob ihr wollt, dass ich dann zum Beispiel der Run spiele oder wollt ihr vielleicht auch was komplett anderes sehen. Schlagt mir ein Projekt vor, das ich als nächstes spielen könnte. Und ja, dann war es das jetzt für heute. Nicht vergessen, welche Audio-Marke mag ich? Habt's gecheckt? Bis dann, macht's gut. Ciao.